Achtung Elise kommt, überrasch sie Renga, Renga Mach ihn zum Küchtier Genau Also das ist auch ok, das auch Coo auf ihn, 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 Coo auf ihn Ja weiter Hab ich doch gerade Outfit, Outfit, kill ihn einfach, kill ihn einfach Wenn du weh hast, wenn du weh hast, mach weh Ah fuck 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 Digga Soll ich noch alles aufsetzen Ja was macht, was macht, guck mal denn da eigentlich, was schickt denn da Achso, da ist halt tot Ich wollte den Dragon machen, dieser Monk Digga, ist das sein Ernst, oder was? Oh god, oh god Oh mein god So, was kann man mit 800 zwischen den Einkauf Pass auf, wirklich Mach Mach Aber besser deine Münze Oh, ich kann nicht mehr Haben wir wenigstens Drake bekommen? Nein, wir können nicht mehr Ey, leck mich Achso, die kostet jetzt 1.200, 300, 300 Achso, ich hab dir noch was anderes dazwischen drauf Ne, kann ich nicht Digga, ey Oh Leute, ich heule schon, Digga Erster Du meinst jetzt Amulets des Aufstiegs, ne? Ja, und ich mein, du kannst ja Ey, Emle Na, Götze Ja, allerdings kann ich mir, Grundwirt für meine Das ist Katharina Alter, ich heule richtig hart gerade Verbotener Götze Verbotener Götze Gönn dir, go, go, go Hab ich auch geholt Hauptsache, Hauptsache, die holte die Oh, bo, 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 bo... Oooo Digga, machen wir noch Leute Alter, ich hatte gar keine ... Ja, Mann Könnt ihr mal aufhören, wenn wir alle Gilt sind? Absu- Vielen Dank.